Und da sind wir auch direkt wieder. Weiter hier bei einer neuen Freecraft-Folge ohne den Jerojo. Singleplayer. Freecraft. Immer noch alleine auf dem Server. Ähm. Ich könnte das schon mal in den Ofen schmeißen gerade. Da ist noch was drin. Da, zwölf Kohle. Zack. Dass ich so viel Eisen finde, aber null Kohle, ey. Ohne Scheiß. Ich muss mal jeden Ofen, äh, befeuern. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 15, 15. Nachdem ich die letzte Folge mathematisch so übelst verkackt hatte, dachte ich mach mal die Folge wieder ein bisschen under, ein bisschen besser. So. Ja, ich könnte mal andesit noch ein bisschen machen. 1, 2. Zack. Acht Stück haben wir direkt. Dass ich den Boden mal langsam fertig kriege. Aber erstmal hier das Ding. So, jetzt haben wir rundrum so eine Zweierhöhe Wand. Mindestens, ne? Ja, gut. Dann kommt als nächstes der Boden. Beziehungsweise, ne, eigentlich kommt noch nicht der Boden. Eigentlich müsste ich mal hier alles erstmal untersetzen auf... Also erstmal alles in Höhe 2 wegmachen. Auf, von dem Niveau aus auf Höhe 2. Ähm, also halt die Blöcke, die ich grad wegmache. Und dann halt noch der unten drunter, wo der Boden drauf muss. Ah, hier ist noch andesit am Start. Das ist ziemlich gut. Weil, am bestenooooo ist, warum ich es brauchte. Weil, dass ich es brauchte. Weil, dass ich es brauchte. die geklitten ist es die dritte Bilder die dritte richtiger gut sehr Mal gucken. Oh, 16 Minuten bei 40%. Normalerweise wäre das in der Hälfte der Zeit schon gegessen. Bei dem Battlefield Remix, ne, beziehungsweise beim Battlefield Cover, das ich ja gestern, ne, das hatte ich gerade eben hochgeladen, bevor ich aufgenommen habe, das war in drei Minuten oben. Eben weil es kein Filmmaterial, es war ja ein Bild. Da ist ja die Datei wesentlich, aber wesentlich kleiner. Wie gesagt, ich werde mich mit dem Jericho absprechen, ob wir irgendwie das hinkriegen. Also Leute, übrigens, wir haben gestern beredet zusammen. Also, am 3.10. am Tag der Deutschen Einheit haben wir beredet, ähm, yo. Nee, da haben wir, äh, gesagt, wir werden, äh, da wir jetzt ja wieder über Nacht vier Abos bekommen haben, was hier schon, äh, ist ja schon recht, echt geil, recht egal. Und dass ihr das auch schon so übelst gut, äh, bedingst habt, äh, bewertet und kommentiert habt, finde ich richtig geil, ohne Scheiß. Vielen Dank dafür, auch vom Jericho, ähm, dass wir uns mal langsam dran setzen. Irgendwann wird's ja Zeit und bis, bis, bis dahin ist es vielleicht zu, oh, bis dahin ist es vielleicht zu spät, dass wir mal irgendwas, wir mal langsam anfangen, ein 100 Abos Special, äh, 100 Abos, Abonnenten Special zu drehen. Äh, weil, ich mein, wenn's, wenn wir 100 Abos haben und dann noch kein Special, dann ist es schon zu spät. Also, dann brauchen wir auch nicht mehr zu kommen. Deshalb müssen wir bei Zeiten anfangen und irgendwann müssen wir's ja erreichen. Ja, so ist es ja nett. Und da, gebt nochmal Stoff, macht noch ein bisschen was, wenn ihr die Videos guckt, dann abonniert uns. Es ist zwar, äh, ich sag mal so, es ist zwar nicht immer regelmäßig, aber in letzter Zeit kommen jetzt ziemlich viele Projekte, beziehungsweise Videos noch dazu. Alter, mein, äh, mein Lacken ist voll im Arsch. Ähm, also jetzt nicht, jetzt nicht wirklich im Arsch, aber halt, er fühlt sich so, nee. Na, egal, ich, nee. Ähm, ja, und wenn das dann, wenn wir dann da, äh, das 100 Abonnenten Special, also wenn, wenn ihr unsere Videos guckt, in letzter Zeit laden wir schon viel hoch und es lohnt sich dann auch, jetzt wo wir in letzter Zeit, äh, nicht so viel hochgeladen haben, da war es auch wirklich, da konnte man auch verstehen, wenn man's, die Videos so geguckt hab, immer so mal ab und zu auf dem Kanal vorbeischauen, aber, ähm, in letzter Zeit gibt's halt viele Videos, die kommen halt, und das Problem ist, die kommen unregelmäßig. Ähm, das haben wir eigentlich nicht für extra, äh, für extra, das haben wir eigentlich nicht absichtlich gemacht, das ist einfach so, dass wir nicht jedes Mal regelmäßig dazukommen, die hochzuladen, sondern dass wir halt gucken müssen, dass wir irgendwo irgendwas irgendwie hinkriegen. Äh, Also wie gesagt, und das, das, das Gute daran ist, dass wir es nicht regelmäßig machen, ist das, dass man halt nicht sagen kann, wann ein Video hochkommt und deshalb dann halt so immer auf dem Kanal vorbeischauen muss. Ähm, und deshalb würde ich es halt auch echt empfehlen, zu abonnieren, nicht nur, weil es gut für unseren Kanal ist, sondern allgemein. Weil, ohne Scheiß, äh, ich denke ja dabei nur an euch, ne, und der Service, äh, beim, beim, beim Abonnieren ist natürlich halt viel, viel besser als ohne. Weil, äh, ne, ihr kriegt ja mit, ihr kriegt dann halt mit, wenn wir, äh, Videos hochladen. Joah. Ja, danke. Ich muss dann auch gucken, wie ich die Säulen platz, oh shit, alter, das reicht nicht. Nein. Ich muss dann auch gucken, wie ich die Säulen platz hier, aus, Diorit. Die Säulen, hab ich ja gesagt. Die Säulen und die Decke sind aus Diorit. Und der Rest ist aus Andeset und Kranet. Beziehungsweise poliert. Alles poliert. Äh, so mit normalem kann ja jeder kommen, ne? Aber ne, mein Keller ist nicht aus Andeset und nicht aus Diorit und nicht aus Kranet, sondern aus Poliert. Da ist alles poliert. Aber du kannst vom Boden essen. Mach ich sogar. Ah ne, ich hab grad keinen Hunger. Das find ich auch so geil in Minecraft. Du hast keinen Hunger, also kannst du auch nichts essen. Fertig. In Daisy ist es genau andersrum. Warte. Ich muss grad überlegen, was ich grad sage. Du hast keinen Hunger und kannst nix essen. In Daisy hast du Hunger und kannst was essen. Joah. In Daisy hast du auch manchmal auch keinen Hunger, aber du kannst immer noch was essen. oder du hast keinen Hunger und kannst einfach nix essen, weil der Sauber rumspackt. Aber ich hab noch eine Eischenspitze, dass ich das nochmal erleben darf. So, dann muss ich noch gucken, wie ich das hinkriege, aber das macht das. Mit dem Boden war jetzt schon genug und dem Aushöhlen in der nächsten Folge werden wir scheinlich in die Minen gehen. Ja. Gut. Da, das Ding muss, das Ding haben ein bisschen aufwächst, so. Damit ich hier auf die oberen Plattform kann. So, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Freecraft, Singleplayer, Dings, without, Jello-Joe, but with me. Joah. Also wie gesagt, mit nem Abo wär uns erstens geholfen und zweitens, ihr hättet halt nen viel besseren Überblick über unsere Videos, die wir hochladen, denn in letzter Zeit sind's eben mehr geworden. Das ist so das Fazit. Ähm, meinerseits und klar, niemand kann gezwungen werden, einen Kanal zu abonnieren, nein, aber wie gesagt, ich empfehle's euch. Erstens, weil wir, äh, wie gesagt, weil wir in letzter Zeit aus, äh, aus den wenigen Folgen, die wir und, äh, die wir nicht täglich rausgebracht haben, jetzt mehr, viele Folgen rausgemacht, von dem, äh, die dann in kürzerer Zeit, in kürzeren Zeitabständen nacheinander hochgeladen werden. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis gleich.